Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Abkürzung Nummer 1, habt ihr gesehen? Ich wollte einfach nur wieder zurück zum Ursprungsort. Oh, die Musik wird hier leiser. Nice! So, erstmal das ganze Geld. Ihr müsst euch mal geben, diese ganze, komplette Gegend ist nur möglich gewesen zu erforschen, weil ich die eine Biene benutzt habe, um mich hochzubauen. Sonst wäre das gar nicht possible gewesen. Hier geht's. Das ist die Mauer, wo ich Dings wollte. Wo ich unbedingt durch wollte. Ich wusste es. Ich wusste es. Krass, okay. Wir sind hier nicht von der Stadt. Ach, was geht da drin ab? Aha, ein weiterer Krieger findet seinen Weg in unser schönes Kolosseum. Wir sind das Ziel all jener, die sich in intensiven und tödlichen Kampf versuchen wollen. Alles, was man dafür tun muss, ist ein Zeichen auf dem Prüfungsbrett seiner Wahl zu setzen und zack, die Tore der Arena werden sich öffnen. Jede Prüfung kostet eine geringe Brühe, aber ich bin dir sicher, als Fegekämpfer hast du reichlich Gehung gesammelt. Nun, bevor du deinen Nagel ziehst und eilig in den Kampf stürmst, will ich dir einen Rat geben. Gleich hier unter uns gibt es eine Gruppe für Krieger, wo deinesgleichen auf ihre Prüfung warten. Ich empfehle dir dringend, dich dort auszurühen, bevor du dein Zeichen setzt. Und, und glaube mir, ich bin auch ein furchterregender Krieger. Lass dich nicht von meiner Größe täuschen oder meiner momentanen Einschränkungen. Die Kolosseum ruft uns beide. Ich werde bald wieder kämpfen. Trage deinen Beitrag und kannst die Prüfung des Kriegers antreten. Okay, krass. Nun denn, eine Neuprüfung ist für dich verfügbar. Ich hoffe, dein Auftritt wird spekratulär. Aber davor... Hier ist Ausruhoption, gell? Oh, leu, gucken wir, wie wir den haben. Und auch ihn. Schön. Dann fangen wir mal die an. Was willst du, Storch? Bist du auch hergekommen, um mich auszulochen? Narren! Ist euch nie in den Sinn gekommen, dass es genau meine Absicht gewesen sein könnte, in diesen Käfig gesperrt zu werden? Ja, gerne doch. Lasst mich in eure Arena. Ich bin Zote, der Mächtige. Und sobald ich meinen Nagel Lebensender ziehe, wird aus einem Gelächter Furcht werden. Lasst mich in Frieden, du niederer Wurm. Ich muss mich vor meinem großen Kampf erholen. Bete besser, dass wir uns nicht in der Arena begegnen. Von mir aus... Hi! Den kennen wir ja noch. Gleiches Ding. Du hast ihn auch gefunden. Diesen perfekten Ort. Ich werde bald in den Kampf ziehen. Ich muss mich zuerst nur kurz ausruhen. Obwohl nur wenige mich wahrlich herausfinden könnten, hoffe ich, dass diese Arena mir die brutale Herausforderung bieten kann, nach der ich mich sehen will. Du glaubst, dieser Panzer dient nur der Verteidigung? Ich warne dich im Voraus. Er verbirgt sich eine tödliche Überraschung in den Runden. Bete, dass du es niemals zu Gesicht bekommst. Gefällt mir! Oh, guck mal, das ist Secret. Ach, das sind die Leute, die da noch runtergefallen sind. Das ist von der Arena gewesen, oder? Schätze ich mal. Krass, und hier ist einfach ein anderer Weg irgendwo anders hin. Wo sind wir hier? Da ist auf jeden Fall was. Da gehen wir als erstes hin. Bin echt mal gespannt, was uns hier erwartet. Oh, mein Gott, er hat mich voll erschreckt. Der Völk ist schrien! Königsideol. Tschüss. Ey, wenn wir mal zu dem Händler mal wieder zurückkommen. Wir sind unendlich reich. Wir gehen dann erstmal Händler zu Händler zu Händler. Oh, oh. Gucken wir erst nach rechts. Da links kommt die Stimme. So ist es mit dem. Minus kurz. Das ist wohl ein Joke gegen das Dich. Noch ein Händler, der ist tot. Nicht so geil. Hoch. Wir müssen ein paar Mal hinten für HP. Oh, das sterben einfach elendig. Oh, das geht jetzt hart. Kass, das wird als Arena noch implantiert. Hä, nee, das war gerade ein Anzeige-Bug, oder? Ich habe mich falsch... Das habe ich falsch gesehen. So, wir gehen dann wieder zurück. Mann, das Viech, ey. Danke. Okay. So. Mann, wir brauchen irgendwie eine Idee, wie ich an dem am besten drankomme. Der war okay. Wir haben ein paar Mal gehittet. Okay, der war gut. Das Problem ist, mich nervt, wenn wir berühren, dass wir Schaden kriegen. Das ist super unangenehm. Okay, das läuft ganz gut. Wo ist er hin? Wir sind immer noch full live. Also diesmal läuft es deutlich besser als das Mal. Man muss halt erstmal darauf klarkommen. Kurze hielen. Oh Mann, wir kommen hier nicht hoch. Dann gehen wir halt hier hoch. Oh Gott, das hat zwei AP gekostet, aber ist okay. Wir sind noch in game. So viel dürft ihr nicht mehr aushalten, glaube ich. Langsam reicht's. Okay, wir haben ihn. Das arme Viech. Jetzt. Ja, dank. Einfacher Schlüssel. Warum haben wir ihn getötet? Für den einfachen Schlüssel. Ich meine, das Ding ist tausend Seelen wert. Das muss man schon sagen. Das ist nicht günstig, das Ding. Aber. Ich meine, es war seins. Wir hätten ihn nicht töten müssen. Finde ich nicht okay. Das Spiel zwingt uns, Gewalttaten zu begehen. Gewalttätige Taten. Finde ich überhaupt nicht okay. So, wir gehen nach links. Zurück in die Arena. Wir brauchen unbedingt ein neues Schwert. Die Rune, die uns mehr Damage machen lässt. So, und ich würde sagen, wir bestreiten jetzt unseren ersten Fight. Was ist hier eigentlich? Okay. Das sieht ungesund aus hier drin. Wir gehen hier raus. Prüfung des Kriegers. Kämpfe um Geo. Mein Talisman soll ich ein Zeichen zusetzen. Jo. Jetzt bin ich gespannt. Alles ist ruhig. Kolosseum, der Narre. Echt, du bist mein Gegner? Das ist ja lächerlich. Was ist, was ist das? Oh, cool. Okay. Okay. Das war dumm. HP verloren. Oh, da ist noch eins. Danke. Okay. Ei. Kenne dich noch nicht. Ciao. Was kommt jetzt? Oh nein. Nein. Bitte nicht die. Nicht noch mehr von denen. Oh. Das ist so ungerecht. Warum ausgerichtet die? Ho, ho. War dumm. So einfach macht man es. Was kommt jetzt? Das ist jetzt nicht die Härte hier eigentlich. Mal zuerst mal den. Will ich mich noch mal? Full live? Ja, okay. Nervös, Junge. Schon wieder die Viecher, ey. Ciao. Hilfe. Oh, Gott sei Dank. Hi. Ja, ich war Gwini. Ich habe sie richtig gesehen. Ich wollte eigentlich auf sie springen. Das war... Ist aber zu Gwini, das zu tun, glaube ich. So ist schon okay. Wenn ich immer zwei jetzt hinkriege. Haben wir. Oh. What? Warum geht es noch weiter? Alter, ich bin langsam... Reicht es hier. Alter, nicht du. Du da oben. Ich sag es dir. Ich muss mich heilen. Ciao. Hilfe. Okay, das war mal kurz... Ganz kurz knapp, aber es geht jetzt wieder. Jetzt geht es wieder nicht. Alter, dieses Scheiß-Fiech. Ich muss sie töten. Oh, Gott sei Dank. Jetzt langsam reicht es aber. Okay, das ist unfair. Ich kann nicht mehr springen. Du sollst heilen. Und was macht ihr? Geht weg. Ciao. Die gehen vollkommen klar. Vielen. Was ist das von einer Arena? Die ist ja ewig lang. Minus eins. Düm, düm, düm. Kurz heilen. Er tütet sich selbst. Ich habe Angst. Echt? Der Tote, der Möchtige. Der Tote, der Möchtige. Er hat es nicht anders verdient. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Alter, einfach mal tausend Bütz. Talismann-Sockel. Oh, Gott, wir haben nicht getötet. Verschwinde, bevor ich dich noch mehr demütige. Cool. Oh, eine Mütze lag da noch. Krass, das hat Spaß gemacht. Ups. Das hat sogar sehr viel Spaß gemacht, tatsächlich. Willkommen zurück, Krieger. Zahle deinen Betrag und du kannst die Prüfung des Eroberers antreten. Wir schalten sie schon mal frei. War aber auf jeden Fall... Nun denn, eine neue Prüfung ist für dich verfügbar. Ich hoffe, dein Auftritt wird spektakulär. Aber dass die Prüfung so lang ging, war ich gerade echt verwundert, ey. Gut, ich würde sagen, wir setzen uns hier hin. Oh, der andere ist weg. Da habe ich Angst. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke schon fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge. Ähm, tschüss.